Ja Freunde, wir sind wieder am Start. Einem neuen, kleines bisschen mehr Licht, vielleicht hilft es ja was, aber von den Lags her meiner Kamera, bringt das wohl nicht arg viel, da muss einfach irgendwann wieder eine neue Kamera her, mal sehen wie lange das hält mit den Lags hier, so beim letzten Mal sind wir stehen geblieben, da haben wir dieses komische Pentagramm hier auf dem Boden gefunden, was es damit auf sich hat, keine Ahnung, jetzt könnten wir uns einfach mal bisschen hier in der Gegend umschauen, hier sind wir auf jeden Fall hergekommen, so sind wir dann gelaufen damals, als wir mit dem Bruderherz vorangeschritten sind. Jetzt gehen wir einfach mal hier lang weiter und gucken, was man so alles hier finden kann noch. Wir haben hier auf jeden Fall viele Holzscheite, warum auch immer sehr viele Meat Bugs, die uns nahrung bringen, jetzt zu nehmen. Weiß ich, wenn ich mich hier so, Forest Berry, wenn ich mich hier so die polnische Sprache anhöre, kommt mir die Sprache viel schöner vor, als ich sie immer so gedacht habe. Ich kann sie nicht sprechen. Keine Ahnung, wo wir jetzt gerade hier sind, das sieht aber ein bisschen danach aus, wo wir gehen. Wie hieß der Bruder eigentlich nochmal, ich habe schon wieder vergessen, wie der hieß. Rietst du nie immer. Guck mal, wie das Wasser so hoch und runter pippt. Hier haben wir Skavangel. Sie sehen auch komplett anders aus, als wie wir sie kennen. Sie sehen nämlich so fleischig aus und nicht so mit Fell. Was haben wir denn hier? Seelurker. Ganz schön viele neue Viecher. Nicht nur farblich verändert, sondern die sagen so vom Kopf her aus wie Kaulquappen. Wein. A sense of healing. Oder werden wir wohl nicht mehr wirklich mehr finden. Ich glaube gegen diesen Seelurker brauchen wir uns nicht anlegen. Ich vermute mal, der wird zu stark sein. Was ich hier als sehr geil finde ist, dass es so viele Rezepte und sowas gibt. Dass man hier die Sachen ganz anders erlernt. Macht hier schon sehr gut Laune. Es tut nie immer. Es tut nie immer. Was ist das? Ich fühl mich hier wieder. Ich fühl mich hier nicht. Es tut nie immer. Es tut nie immer. Aber so, als würden wir hier nichts weiterfinden. Ich glaube, hier wurde auch sehr viel Musik von Gothic 3 genommen. Ich habe die nicht mehr so richtig im Kopf. Aber ich glaube, die haben das von dort. So kann man immer ein bisschen schauen, dass wir nicht von irgendwelchen Viechern überrascht werden. Von zu starken, zum Beispiel. Wobei auch sehr viel neue Musik, glaube ich. Hier sehe ich wieder, sieht es aus wie ein junger Scavenger wieder. Die sind immer kein Problem. So. Wie gesagt, die hier schon langsam alles voll. Blue Elder Decorption. Ich rede mal noch. A stale Breed is sometimes the only thing that can be found in the pantries of the poor. Pumpkin. Schöne Beschreibung auch immer zu den ganzen Items. Easter Violet. Grows only in the rest of the world. Grows only in the rest of the world. From human. Feuernessel. Heilpflanze. Wir haben ja auch nicht wirklich viel davon. Das ist King's Sorrel. Waste of permanent Potions. Was Heilung angeht, haben wir echt eigentlich so gut wie gar nichts parat. Fällt mir so langsam hier auf. Wir haben hier wirklich nicht groß was zum Heilen. Ich glaube ich höre ein Boar. Young a Boar. Young Boar. Das war schmerzhaft. Ach guck mal, wir sind schon so gut wie in der Stadt. Raspberry. Nehmen wir ein paar Raspberries. Wir können auch nochmal in der Hütte gucken, ob da noch Jugend wie was geht. Wir haben doch noch so bunter Fleisch und sowas. Also da heilungstechnisch. Das ist ein normaler Lurker. Ne, Hungry Lurker. Raspberries. Hier noch einen Apfel. Hier noch Salat. Dیا, D straighten, D Dhö, Dö, Dن, D commencé... Dön, dぁ, d més sind... ...dum, d�, d deh, darte, dà, dà... W-A-Y-O-O-O-O-O-O Amt Valorant Krass. Aber nein, Valorant habe ich... Ich weiß gar nicht mehr, ob ich das überhaupt noch drauf habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch installiert habe und wenn, ist es absolut nicht geupdatet. Aber auf Apex habe ich mittlerweile wieder öfters Lust, aber auf Konsole halt. Ja, meine ich ja. Ich stream schon viel länger. Bevor du angefangen hast mit Abonnieren, deswegen manchmal du abonnierst mich jetzt schon sehr, sehr lange. Ja, auf Konsole. Da bin ich einfach besser, wenn alle mit Controller spielen müssen. Wobei das sowieso glaub... Dings, wie heißt's? Crossplay immer an ist. Ich glaube, das kann man nicht mal ausmachen. Können wir gerne mal spielen, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt heute noch sowas spiele. Ich spiele jetzt hier noch ein bisschen auf entspannt, etwas Lockeres, wo ich hier nicht strugglen muss oder so. Aber ich habe glaubt, gleich, wo ich auf PS5 gezockt habe, gleich mal Sieg geholt, nach dem ersten Mal Rangliste wieder. Viele neue Waffen, viele neue Chars. So wie die... Ich habe mich immer noch keinen Schlüssel. Jetzt gehst du nie immer. Schauen wir mal, was wir da auf der anderen Seite finden. Ist das ein normaler... Nee, auch hungriger Lörker. Den könnten wir uns ja eigentlich schnappen. Jetzt wirst du nie immer... Ja, ich wollte eigentlich auch mitspielen, aber die werden bestimmt nicht mehr lange on sein und ich wollte jetzt nicht 200 Mal irgendwas unterbrechen und neu anfangen, aber das nächste Mal würde ich da schon mitspielen. Hätte ich auch Bock drauf, weil wenn Crossplay geht, wenn ich auf PC zocken kann... Wie riecht das schon dabei? Wie riecht das schon dabei? Wie riecht das schon dabei? So wie ein WoW hier, Alter. Man kann fischen, man kann hier alles machen. Ja, Judy hat Ferien, aber bringt nichts, wenn Judy die Einzige ist. Jetzt haben wir euch viel Leben. Haben die abgezogen? Ich meine, Among Us ist kein Spiel, wo man zu zweit spielt. Und da braucht man eine ganze Truppe. Aber ich muss auch nur noch bis Donnerstag arbeiten, dann habe ich auch erstmal Ruhe, Urlaub. Dann wird viel gesuchtet auch. Es ist kein Fisch, ich weiß, irgendwas zu zweit spielt. Es ist viel, ich weiß, dass das nicht mehr ist. Es ist kein Fisch. 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 So, hier sind wir wieder in der Stadt. So, alles tot. Ach, du hast schon Ferien, wie lang? Wie lang hast du denn Ferien? Und ich habe wieder einen Kronstöckel gefunden. That's amazing. Zwei Wochen, ab jetzt dann zwei Wochen? Das heißt, direkt 1. Januar wieder arbeiten, oder wie? Sag mal, du eröffnest doch Internetseiten, oder nicht? Du erstellst doch Internetseiten, oder? In deiner Ausbildung. Habe ich es noch richtig im Kopf? Was war es dann nochmal? Support. Schade. Ich habe mir mal überlegt gehabt, ob ich ein Kleingewerbe anmelde und Online-Shop aufmache. Pokémon-Karten oder sowas verkaufen. Aber ich weiß nicht, wie sowas funktioniert mit Internetseiten erstellen und dies und das. Und was das da alles kostet, weil theoretisch müsste das ja über einen Server oder sowas laufen. Ich weiß nicht, wie das dann laufen soll. Wenn ich eins habe, muss ich dann ein PC als Server nutzen, der immer an sein muss, damit so Leute bei mir kaufen. Ich checkte es nicht ganz. Ich muss Server kaufen, dachte ich mir. Aber so ein Server kostet doch dann bestimmt auch monatlich, oder? Ist sowas teuer eigentlich? Das ist sowas devilziger? Ich schade. Ich schade. Ich schade. Ich schade. Ich schade. Ich schade. Wohne habe ich es zu討why? Ich schade. kakarot du musst eine ps4 aufstellen okay du soll man erst mit spielen oder was ich habe nicht wirklich viel zum heilen ja schön schrub im filen ej ty tyryryry chwila chwila masz na zbyciu kawał rozumiem, że przez na zbyciu masz na myśli do oddania zgadza się nic z tego ostatnimi dnami baranina jest u nas na wagę złota owiec jest coraz mniej i zostało nam już tylko kilka osobników a gdybym ci zrozum nie chcę mieć problemów ze starszym dostałem jasne wskazówki żeby mięso owiec trafiało wyłącznie do dworu i tego się trzyma dostałem bardzo z tego co wiem czy co Ich habe hier einiges an Gold, eigentlich könnte ich den doch alle Rezepte mal Kaufen Oh, das wollte ich nicht Brasumieren 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 Bei sie Brasumieren Brasumieren Könnte ich mir die Axt necken, ohne dass ich aufs Maul bekomme? Brasumieren 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 das war das cooking preferences fry the meat prepare am meal wolfsfleisch habe ich nicht so viel sheep we are in this together we are in this together don't know much about cooking but the steak looks right to me ob fabio won't be picky it's time to see him at the inn ach so we have been back wozu hast du dings aufgestellt piece for was machen so the local butcher won't give me the lamp be says only a few sheep are left in the village so their meat is more precious than gold ich schwöre zock's jetzt mit amon hast du das oder was machst du hätte ich ja wie ihr könnt ja nicht nebeneinander schauen das kostet hier sogar voll viel beim gehen es ist heavy branch fried rattenfleisch noch einmal alle anny budgeten durch eine app und dann facetime oh je sie war ui genutisch ist jetzt erstmal nicht schon diskutieren wir das lieber nicht im stream wir können mal darüber reden aber muss euch eins immer bewusst sein sowas kann nicht funktionieren to far away catch fish deswegen habe ich dir vorhin geschrieben was dazu marcy musste auch schon dass die bittere wahrheit machen er hat sowas auch mal gemacht und ich habe gesagt macht ihr nicht zu viele hoffnungen und dann irgendwann mal so Was? Der Stenti ist zu weit weg. 20, was ist das beste, wo ich es nicht bekommen kann? Wenn du von der Bram nach der Bram nachher gehst, dann drückst du auf die Seite. Dann wird die Schnau von der Bram nachher. Dann wird die Schnau von der Bram nachher. Wo ist das? Das wäre schon schön, was ich finde. Ich meine, ihr seht euch nicht. Und ihr habt auch nicht die Möglichkeit, euch mal kurz zu sehen Das ist was anderes Ein Kumpel von mir, habe ich schon gesagt Wenn du dich da reinhängst, dass er dumm ist Und es war noch, beide haben in Deutschland gelebt Nur der eine auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite Und so, das kann halt einfach nicht funktionieren Ich muss mich auf den letzten Situationen erinnern Ja, ich bin noch... Ich bin noch nicht Ich bin noch nicht Kurz Sunder Ich nehme sie mit in die Schweiz Ja, wer sagt, dass sie da hin will? Warum sollte sie von Amerika weg wollen? Und du weißt ganz genau, dass das nicht einfach machbar ist Bitte, bitte Na, du kennst, du hast Das ist wie du Niemand weiß Vielleicht Moment Ich sehe, dass du wachst Du wachst Ich habe in der Nähe von Daryla und Maven Vielleicht erzählst du mir, was mit ihnen passiert Und woher muss ich wissen Wenn wir die Jaskine verlassen haben Wenn wir die Jaskine verlassen haben Wir leben noch Und wir leben noch Du wachst Trotzdem ist es Geht das nicht einfach so Ich meine, du kannst auch nicht einfach so nach Amerika auswandern Sowas geht nicht mehr Geht aber nicht so einfach Deswegen sage ich immer Es ist schön und gut, wenn alles läuft, aber Ihr solltet da nicht blind darauf vertrauen und nicht zu viel Hoffnung machen Wenn dann irgendwo mal weg Ihr seht euch nicht mal, weißt Ich halte sowas immer als schwierig, wenn man dann über Liebe und sowas redet Und Ihr habt euch noch nie persönlich gesehen, so weiß ich mein Deswegen immer schwierig Ich hatte mal Zwei Fernbeziehungen Hups Und ich bin immer mal wieder hingegangen, aber Ich habe nichts Nein Du bist Anfänger Und du hasts noch jungen Deswegen Ich habe viel humbled Ich habe immer gesehen, weil ich alles Tabur habe Ich habe gem�� Leben Das Land Ich habe noch güngst Aber Doch Herr Ja, viele Leute sind naiv. Hm. Wenn sie weg geht, suchen darf man nicht. So was passiert sowieso von selber. Ach, schau mal. Geil, Alter. Wenn man zu sehr sucht, dann findet man meistens eh nie die Richtige. Das muss halt einfach stimmen. Und von einem anderen Land darf man so oder so nicht. Das sage ich immer, das kann nicht gut gehen. Ihr seht euch nicht mal. Irgendwann mal wird eine Seite nach richtiger Zuneigung suchen. Ihr seid noch jung, ihr seid da noch Grünschnabel. Da ist egal, aber umso älter ihr wird, wird einer von euch beiden irgendwann mal die körperliche Nähe wollen, ja. Will nicht immer nur über einen Bildschirm die Person sehen, sondern auch mal im Arm liegen bei jemandem oder sowas. Und dann fängt es an. Sie sieht nicht, was du machst. Du siehst nicht, was sie macht. Ich weiß nicht. Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Das ist nur ein Geräusch, Pfeil. Du musst dich nicht mehr übernehmen. Es ist mir jetzt besser. Ein bisschen Entschuldigung, ein guter Lauf und ein Kürt. Gut, dass du hier hier gebracht hast. Ich muss mich mit dem Thema reden reden, um die aktuellen Situation zu sprechen. Und dir, wie du es dir gefällt, Silbach? Du hast es geschafft, dass du es wissen? Das war's. Nein, ich spiele ja kein Among Us jetzt. Nächstes Mal gerne, aber das mir jetzt zu anstrengend. Will er schön entspannt zocken, ohne Sprachchat, ohne hier da, dort, bin eh nicht so lange on, weiß nicht, will ich nur spielen und mit denen alle zusammen und bla, dann immer ewig in der Lobby rumgurken, bis man losgeht und rumdiskutieren und ey, wir müssen noch hier und dort auf den und jenes warten. Ich will jetzt einfach gechillt spielen. So, jetzt muss ich erstmal irgendwo Gold auftreiben. Teleport Rune, Teleport Rune, all my Teleportation Runes, was? Meine Waffen sind auch nicht wirklich was wert. Warte mal da, Severin, da hat doch grad was darüber, über den Knaben geredet. Geist. 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 Oh, das ist so. 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 Oh, der hat gesessen. Käse, Witz, Pyramid. Das ist so. Der Pass of Agmission. Der Trader führt zu 3D Wizard. Leif the city of Orchelos for. Of time Morris bla 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 bla. Okay, ich hatte sonst nichts mehr zu sagen. Also Knorke. Ich glaube ansonsten hatte ich eh nichts. Ich habe dein Glade. Mein Witz. Ich habe mich auch ausgenutzt. Es weiß, ob ich das mein Wahnsinn. Ich bin gleich nicht zu vergessen. Ich wünsche dir auswakten, Marvin. Boc, wie du wirst? Einmal wieso ich bin? Hier ist ein Knie Geist. Ich denke ich. Ich hoffe ich bekomme ich auch. Ihm zu 20 Gold Gold zeig mir deine wahre schlösser knacken hatte hier am start hatte einige trophäen gürtel hat auch protection eckenprotektion land protection mit lederarmor noch mal plus fünf auf alles das ist wohl schutz von hohen fallen ist das eigentlich farmer farmer ich muss hier noch bisschen trophäen irgendwie loswerden ich hab halt nichts wir sollten noch mal die andere seite hier raus leicht aus kassel komm steh auf jetzt nichts zu sagen die geniale raus theoretisch könnte ich jetzt klauen gehen um weiß nicht ob der jetzt endlich mal hier was im start hat in 30 lernpunkte der guckt da schön die wand an die morgens mitzis ah ten kamień wokset test runa teleportacyjne die w ciągu jednej chwili jej użytkownik jest wsta oczywiście zasięg takiej teleportacji jest ograniczony odległością oraz konkretnymi punktami pozostaje jeszcze jedna kwestia runa teleportacyjnych na ich won't have any use jadi możesz rozejrzeć na wyspie za spezialnymi pentagramami i próbować użyć runy właśnie tam to powinno pom zreshtą nie mam teraz siły opowiadać o wszystkich zabioła aha wir wissen jetzt schon bescheid dieser pentagramm wie z.m. in der höhle dass wir austesten können wir gehen jetzt mal in die wildnis und guck mal ob wir ein paar fälle abgreifen können das ist jetzt hier auf jeden fall gothic 3 musik noch mehr das ist hier weg wir dann auch viel fleisch dann können wir ein bisschen fleisch verkaufen theoretisch bei dem metzger bei dem butcher feiernettel komm mal her wolf wie lange habe ich wieder nicht gespeichert nicht allzu lang so kann der andere wolf jetzt auf einmal her ich ich sollte mich langsam darum kümmern um mich ein bisschen zu verstärken ich krieg gp durchs einsammeln fehlt nicht allzu viel wir gehen einfach ein bisschen fleisch verkaufen und dann mit einer lederrüstung können wir bestimmt schon viel mehr anfangen told me to ask bastian about some work that could be bastian dapp to people from silver the nearby people tall lies at the top of the hill so fun of the village knuts cam over i should follow the river eastwards ich hab halt keine map junge hasse ich dieses spiel du meinst amon oder was nie ach das ist ein farmer ups ich dachte das wäre der ramy rohes wolfsfleisch 6 gold gibt es dafür scavenger meat 50 gold jetzt könnte ich mir gerade so die lederrüstung kaufen also ich finde eigentlich am ogen voll witzig ich bin da sehr gut darin die leute zu verarschen ich bin da Marta Marta I'm glad to hear that Jörn will help him It went easier than I thought I only hope that my brother Hell won't get worse after that I only hope that my brother Hell won't get worse after that I 300 I thought it was at 250 No I need more First time I sleep Slept and feel rested I hope this fate It will only be here It will not be gone I'm surprised I think that my daughter's body still lies on this beach I have to do this Maybe... No, it's something that your father has to say But I don't want to buy my dear daughter somewhere in the river I have to do it Can you help your daughter Can you talk to her? Maybe you can find a place I... I think... Okay Just remember My son The... The daughter The... 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 Wo ist Fate? Farmerama Ich hoffe, Fate und sowas kommt noch Wieder Loproshni So, was wollte ich jetzt eigentlich Machen Achso, ja Den Wassermagier fragen, ob da noch Platz auf dem Friedhof ist Sind wohl alle noch am Pen? Hey Ezekiel Ezekiel Nie masz nic Ja nie, ale mieszkańcy mogą na to patrzeć nieprzywylnym okiem Poza tym dochodzi jeszcze kwestia gruntu To nie przychodzi za darmo W sprawie mi Cemetery Grave Ile chcesz Nie bądź taki bezpośredni To złoto nie idzie dla mnie Ale na utrzymanie cmentarza i kaplicy Niech nas zobaczą Dobrzy z was ludzie, więc jakaś zniżka się nalewa Jeszcze się zas... Jak mam... Cmentarz jest trochę zaniedbany Jeśli wypiel... lepiej też zniosą... czy A I I I I I I I I I A I I should plug all the weeds from the local cemeterry hey wo ist denn der die erste hä wo ist denn das hört sich an wie so cemeterry so zementtyp der mir einen Grabstein macht also ihr wisst schon wo baden hier einer mir fällt da niemand da der irgendwie Steine macht Weeds an Weeds soll ich rausnehmen also Kraut aber wo 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 Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, dass hier alles auf Englisch ist, macht es natürlich schon recht schwer für mich. Hier sind Feldräuber, da habe ich gar keine Chance. Hier haben wir auch wieder viele Fleischschwanzen. Dunkelpilze... Ach, Drachenwurzel! Sehr nice, Drachenwurzel haben wir dann auch schon... Oh, wer ist das denn? ... 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 Ich weiß nicht, dass ich jetzt keine Ahnung habe. Ich sage Zekelovi, dass er sich bei mir spricht, um zu sagen... Hier ist überhaupt kein Mensch. Ihr gütigen Menschen. Ich bin wieder tot, das ist natürlich blöd, ich hätte euch alles verarscht, ich hab mal, ich hab's mal geschafft, dass mich mal einer so richtig fett erwischt, Junge, beim Töten, aber so richtig, dann habe ich es geschafft, dass alle geglaubt haben, er wäre der Impostere gewesen, dann haben alle ihn rausgeschmissen und ich habe am Ende gewonnen, hab die alle ausgelacht. Da habe ich mit Randoms gespielt, oder habe ich mit Randoms gespielt, ich glaube ich habe mit Randoms gespielt, ich weiß es nicht mehr genau, aber da habe ich die richtig deftig verarscht. Aber ich sage dir natürlich nicht, wie es war, sonst kannst du das ja gegen mich verwenden. Zeig mir deine Wanne. Nee, 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 das sage ich dir nicht. Aber wenn ich dann die, das verwende, meine Tricks, dann weißt du mir gleich Bescheid, wenn wir mal da alle zusammen zocken. Und dann kannst du mich direkt verpfeifen. Farmerama. Und wuschbron. So, der wollte nur eine Fischsuppe. Ihr gütige Menschen. Gebt Gold euren Hexer. Hoppala. Wie viele sind denn überhaupt gerade noch on? Also wie viel, zu wie viel seid ihr? Gebt Gold euren Hexer. Gebt Gold euren Hexer. Nein. Die Rücken. Du kannst schon rechnen. Hier, das ist ein integrales Stück. Wann? Das ist das. Ich wache! Ein Bogen. Sehr gut. Bringt Gold eurem Hexer, ihr gütige Menschen. Macht aber ganz schön wenig Schaden, nur 10. Ich ficke deine Zähne, Digga. Hier haben wir Forrest Berry. Gummagumana, Gettopistola, ihr gütige Menschen. Nimm mal wo der alte Herr ist. Die Musik. Jetzt liegt der Nacht gleich auch noch tot da. Das wäre dann äußerst bitter. Das würde ich dann nicht akzeptieren wollen. Ach, halt's mal. Ne, Gott sei Dank. Wo ist der alte Sack jetzt eigentlich hin? Hm. Hat er gesagt wo der hingeht? Erstens. Da geht's. Da geht's. Und die Weeds Villagers dazu müssen. die Flövers sollte alle Weeds von Loken Lok war die Water Mage und die Leute in Zerok die Loken Ich möchte die Ferdinand ein Prokaborial um die alten Mechand Ich habe zu sprechen mit der Mage der Asien von Loken es können wir die rune mal benutzen auch ihr gütige menschen ihre gütige menschen diesem pentagramm können wir das ganze nutzen und schauen wo wir dann ankommen werden ich glaube ich habe das ganze verstanden ich bin der jäger ich habe mir gerade überlegen chillt der jetzt hier wo ist denn der opa jetzt ich habe mir überlegen wo der sein könnte oder ist einfach echt noch im dorf und sitzt da irgendwo rum und laut seinem seines tagesablaufes chillt halt gerade einfach woanders das weiß man nicht bringt gold euren hexer ihr gütigen menschen und ich möchte die rüstung auch unbedingt haben aber irgendwie ist der dude jetzt verschwunden ich könnte jetzt auch langsam mal zu ja wieder welche dazu gewonnen er wird da sicher nichts mitarbeiten müssen der alte mann jetzt hin sollte ich mir zum mittag einmal pennen gleich geht es erst mal zu dem albi oder wieder normal heißt auch wo riordian ist habe ich keinen plan korinis und die sitzen da alle rum casim ist da fabio ist da die muister nichts albin jill wo ist denn der bodyguard eigentlich hinten der ist da oben albin's wife gold cup inner statue was realized only by supporting each other selbte boy said he would be happy to start walking jetzt muss ich nur noch den alten knacker finden vielleicht kriege ich ihn danach dann auch dazu nachdem er seine tochter begraben darf ich finde den halt nicht mehr hey let's deal oder muss ich albi bescheid sagen ach schau mal ich kann warten ich kann warten jetzt brauche ich ein bisschen mana jetzt brauche ich ein bisschen mana zauber ist nicht angelegt vielleicht gibt es die ip wenn ich das nutze und teste ich habe doch hier gerade noch eine runde oder kann ich das einfach nur einmal verwenden ich kann auch sein deswegen dann lasse ich es nur zu näher mal bis zum mittag warten gucken was dann hier abgeht next morning the next noon evening it passed quickly war eigentlich so falsch mal gucken wo die leute jetzt hier sind ob hier ein bisschen mehr los ist wieder victor severi ist da farmer paulus farmer der rick die wollen auf jeden fall nicht mit arbeiten hier haben wir es so da át ja w tym czasie dowiedziałym się co nieco o okolicy chce udać się po ciało córki ale nie mogę tego zrobić sam kowizziä ��들 Was bedeutet das? Below the door ein paar von den wachen einer von denen er sich bereit erklärt zu helfen ich sehe die stark genug aus sehr direkt ins gesicht spucken ich könnte ihren toten body auch alleine hier hochtragen bringt gold eurem hexa ihr gütige menschen hey zur ks potrzebuje kogoskos prowadziuubi so mito tego jesteś wartownik pomoc mieszkańcom tej wioski wy nimi nie jesteście więc ada albo utopiłby ich gdyby miał taki kaprys twoje religii czego jak to mówią zapokaś dymieszek jaszko zabierzesz ezekiel nie brzmi to kolorowo przyślij tego ezekiela jak będzie gotów ła 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 may ła schon was läuft nur bett bringt gold euren hexer farmer sie hat jemand am kotzen hey hey heißt es jetzt gerade süß am essen und dich auf dem schirm haben das ist ja super sweet von dir was liebsten zu essen heute sonntag bei mir gab es heute fett heizessen fett heizessen ihr gütige menschen versteht der jetzt da so blöd rum das alles kandaver holen gehen harry lief mir allein gf ready gold he wanted s agreed he will akkompany siel to the shore auch ein paar mehr von den wachen oder was schöne pette penne mit scharfer tomaten soße köstlich schmächtlich würde onkel monte jetzt sagen bringt gold eure hexer ihr gütige menschen ihr gütige menschen hey kipper 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 Bitsch-Bitsch-Zygzyk-Zygzyk Schisser Und den soll ich fragen, der soll mir was trainieren können Der traurige Siva ist glaube ich gerade noch Amon Was am Spiel Hier gibt es Schlägerei Bitsch-Zygzyk Bitsch-Zygzyk Bitsch One of yes Say First Isณoc and I am now Przerwe Sade Was ist das? Aber es ist so schwer, wenn wir gehen, wenn wir gehen. so lang das jetzt eventuell schon der lille 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 hey hey i want to train ihr gütige menschen bringt gold eurem hexer ihr gütigen hast du es nun doch installiert die heimoi natürlich was geht chris hab schon gestern vorgestern glaube ich schon gespielt gestern doch und freitag habe ich glaube ich sehr nice ja muss ich sagen sehr sehr geil gemacht sehr viel neues sehr vieles verändert viele neue animationen entscheidungssachen auch so aller richard dass wenn du dich falsch entscheidest dass dann zum beispiel jemand stirbt hey und da um sich zu konadern wo war doch nicht abliegte ich mir auch im politischen wie es gibt die jahre aussuchen sieben warte die jenkunst muss ich eben der es wird muss es wo ich war doch nicht ihr gütige so das hat sich dann wohl erledigt dann kann ich schlafen gehen dieses corona ist stress pur bin ich traurig hallo unsere hebamme hat meine freundin angesteckt und wir haben ein sieben wochen altes baby halt erstens mal glückwunsch zu deinem nachwuchs und das ist natürlich schwierig ja das ist sowieso schon seit zwei jahren alles ätzend diese scheiß corona aber das ist natürlich schwierig ich hoffe dass da alles gut wird bei euch und vor allem für euer sieben wochen altes baby dass da ja hat es bleibt da bietet er die art schnau mich flora twaier wendrówka dobiegła końca nech bogowie otworzą przed tobą bramy swego królestwa a miłościwy adanos niech obdarza opieką twojego strudzonego ojca dopóki nie dołączy do ciebie w wiecznej szczęśliwości die rachdlachstelle die jahre in der die jahre die jahre die jahre das als wir vom schiff geschmissen wurden mit allen anderen zusammen jetzt gehen wir mal zu albin ich glaube wir haben ja jeden anheulen können der ihm helfen würde für den schutz und fabio haben wir hier anheuern können zu helfen ich glaube nicht, dass so viele von euch noch mal wiederholen würden was müssen? 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 Ich wusste, was für dich gehört hat. hier nur voll rum die albins wife und tut in der ecke hat mich gerade kurz erschrocken so volker der sieht aus wie ein kleiner reicher schnöse da speichere ich mal lieber bevor ich man sieht schon viele neue waffen das gefällt mir auch hier ganz andere waffen viele neu designte waffen sieht aus sehr edel aus auch generell neue gesichts animationen neue gesichter gesichtsmodelle der alte knacker komplett neue rüstungen viele neue rüstungen los sorry volker der johann wartet da hinten schläft mich mein bruder marvin jesteś wreszcie nie powiniene skończyłem już swoją pracę na dziś od tych zapachów w kuchni miałem ochotę wyjść na świeże powietrze chodź krótki spacer z pewnością dobrze mi zrobi czasami po prostu trzeba to rozchodzić nie mogę się doczekać aż odłożymy trochę złota a zamówimy w sobie pokaźny kawał mięsa oraz najlepsze wino z lokalnej winnicy zapomnieć w końcu o tych wszystkich zmartwieniach i mieć w końcu chwilę zapomnieć trochę normalnie uwierzmy na ziemię ale myślij o uwagi swoje zdrowie wst suffering dzień pier zobacz miejsce warming się na ziemię nie nawet nie pamiętam kiedy ostatnio ćwiczyliśmy walkę mieczem z naszym ojcem chodź przyłączymy się do nich Okay, grab your brush and let's see. Schlieger, komm wieder. Jetzt stirbt ihr gleich. Aber cool, dass die extra so dran gedacht haben, extra Stöcke zu nehmen, dass man hier niemanden umbringt. Komm, steh auf, Jorn. Oh, meine頭. Ich denke, das ist wirklich nicht schlecht. Aber ich denke, dass noch vor kurzem die Pfeil ausgelöst wurde. Wir hatten letztendlich mehr Zeit, um zu sprechen. Ich weiß nicht, was es ist. Ich mag leicht und komfortabel. Aber nichts wie Heavy X. Crossbows. Heavy X. Das sind wahrscheinlich zwei Handwaffen dann. Join, slerezigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig absolutely. Es schmeckt wirklich gut. Ich versuche nichts dafür. Oder wie alle, oder nicht... Ich habe schon so dafür zu essen, wie Sie. Es sollte sich um deine Eltern zu kämpfen. Wir werden nichts dafür nicht bekommen. Es gibt nichts mehr Zeit. Du bist sicher, dass du dich gut fühlst? Vielleicht ist es mir ein bisschen schwer. Ich habe ein Problem, wo wir uns ein bisschen schlafen können. Wasser rumpflanzen, oder was? Zum Abkühlen. So, was ist das denn hier? Verschütteten Wein? Hä? Was geht hier ab? Wo liegt hier jetzt auf einmal so viel Wein rum? Hier ist die ganze Butel. Das ist eine wunderschöne Wien aus Archeoloske Plantationen. Ich habe vielleicht jemanden nicht schlecht spielte mir letzte Nacht. Mal sehen, ob wir etwas nicht haben. Mögen in einer Musik Wunderschöne Mal sehen, ob es schlafen, wenn ich unsere Serien für eine Blasee habe, um die Blasee abbergen zu können. Wir schauen auf, dass wir hier zu sehen. Ich weiß, was ich nicht. Oder doch nicht. Das ist, was ich nicht. Wir sehen, dass der Däuner noch etwas Hassel. Wir schauen, dass ich hier die Dräuner einschleer da. Ich muss, wenn ich das ist. ja kühl dich mal ab wie der krepiert mir jetzt hier weg ich finde hier keins ist schon ganz schön ordentlich dicht rumgelaufen ich weiß nicht, wenn ich die Kirchen öffne ok da Pfeift sich noch ein bisschen Wasser ins Gesicht. Ich hatte ein bisschen Sorge, dass sie mich hier noch wegkratzt, alle. Ich habe hier keinen Bock drauf, dass sie hier jetzt noch krepiert. Hey! Wszystkie butelki wina są puste. Pewnie Bastian odsyła je po... Cholera, a taką miałem ochotę na wino. Skoro już tu jesteśmy, to może odwied... Musi mieć ukrytych kilka butelek jakiegoś dobrego rocznika. Jorn. Seine alten, vergammelten Hütte, oder was? Sollen noch... Wiem, takie jedno ładne miejsce w pobliżu wioski, które kiedyś znalazłem, gdybyłem tutaj za młodu. Moglibyśmy tam usiąść, poszukam tego wina, a ty mógłbyś zrobić nam coś ciepłego do jedzenia. Kojarzysz? Kurt, najlepszym rybakiem nie jest, ale z pewnością w jakiejś beczce ukrył kilka świeży ryb. Masz tutaj przepis i zębateziele. Resztę powinieneś znaleźć sam w hacie. Wystarczy, że... Gdzie jest... Mówił coś o czymś, co musi załatwić w lokalnej winnice. Powinien nie do... Ups. Mówił coś o czymś. Mówił coś o czymś. Zobacz, że... Wiem, że to jest... ...a ...żeż na kann prepare me fish soup fish man fish in genau so jetzt kommt er gleich und erwischt uns volle lotte wieder rumstöbern und öfters ja ein pick locks direkt mal gelernt ich das jetzt aufknacken oder was bevor wir jetzt hier alle kaputt machen erstmal speichern ja wir beklauen jetzt unseren onkel halt einfach mal kein problem ich glaube ich habe jetzt alles und ich habe mich nicht mehr ich möchte dass ich mich nicht mehr möglich ist dass ich mich nicht mehr so ich bin bereit so was hat denn der eigentlich vor warum machte das so kompliziert wenn wir nur ein bisschen was fräsen und trinken wollen Dafür muss sie mich nicht in das tiefste Wald locken. Die Waffe ready machen. Die Waffe ready machen. Bringt Gold euren Hexer, ihr gütigen Menschen, ihr gütigen Menschen. Bringt Gold eurem Hexer. Da ist ein Lurker. Darker Mushroom. Und Mido Knoth Veed. Hier könnte ich ein bisschen rumpfen. Wir sind auf dem Platz. Wir haben jetzt eine Zeit, um zu beginnen. Und von den ganzen nichtbezpiegeln. Ich weiß, dass mein Vater auch... Ich weiß, dass mein Vater noch anders ist. ...huchladen muss, noch tausend andere Spiele. Aber das ist halt immer stressig, weil das Rendern und so weiter das Bearbeiten... Also erstmal mir da grob zurechtschneiden alles. Und... Ähm... 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 Und... Also das Rendern an sich dauert halt übelst lang. Und in der Zeit kann ich dann halt nie zocken. Deswegen versuche ich das immer irgendwann zu machen, wenn ich gerade anderweitig beschäftigt bin. Aber ich habe vor, das hochzuladen auf jeden Fall. Das hatte ich auf jeden Fall vor. Weil ich habe mir extra ein Intro und ein Outro damals erstellt. Um sowas zu machen. Ich denke schon. Vielleicht werde ich dann auch gerade mit dem Game mal anfangen. Weil ich das gerade aktuell spiele, dass man das dann notfalls auch hinterher schauen kann bei YouTube. Falls man es bei mir sehen will und es verpasst. Also ja, werde ich schon machen. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall selbstverständlich eine gute Nacht. Erhol dich gut. Bald ist Weihnachten. Ich denke mal, da wirst du auch ein paar ruhige Tage von der Arbeit oder sonst was haben. Das haben wir dann nur lebt. Ich mache mich nicht. Und schau dir auf jeden Fall an. Also ja, wir werden uns hier verpasst. Es ist deutlich besser. Es ist gut, dass es einfach nur ein normaler Wieskopf kostet. Wir essen das Wiener und zurück in den Husten. Ich versuche noch ein wenig. Ich habe noch nie gehört. Ich habe noch nie gehört. Ich habe noch nie gehört. Die Sportler werden bereitgestellt, wie in unserem Lundern. Nach dem Lundern. Hier in Lundern. Ja. Wir haben noch einiges. Zurück? Jetzt? Wir haben nur noch ein paar Wiener. Wer weiß, wann wir die nächste Zeit haben. Außerdem haben wir noch 2 Wiener. 2 Wiener Wiener. Okay. Tausende EP, Alter. Fürs Saufen. Sie liegen mir da wahrscheinlich irgendwo flach. Hehehehe. Geil, Alter. Ich habe noch eine Chance. Und jetzt? Ich bin tief. Ich habe noch ein paar Leute zusammengezogen. Das ist auch nicht tief. Du schaffst das. Du schaffst Culkinz. Ich hab noch nicht. Drei. Ich hab noch nicht. Du schaffst das. Du schaffst das. Du schaffst das. Ich habe mich nicht mehr, Marvin. Ich habe mich nicht mehr, Marvin. Ich habe mich nicht mehr, Marvin. aber ich habe mich nicht mehr gemacht. Das, was ihr gemacht hat, war sehr unantwortlich. Was ist besser, dass es wirklich besser ist, dass es die größten Wärme ist, und ihr stammt sich wieder. Warum? Ich werde mich mit Jornem und ich ihn beobachten. Du weißt, wo muss ich anfangen? Der ist immer noch am Arsch wegen der scheiß Blutfliege. Okay, uns fehlt jetzt natürlich immer noch. Ich habe das Gefühl, dass... Der Dude, den wir jetzt suchen sollen, da hinten ist, wo diese Türen da verschlossen waren. Who will never open. Wie bist du schon? He is too far away, he is gar nix too far away. Catch fish. Arholos. In the city. To Valerio Vanya, to the city. Der hat ja irgendwas gesagt zur Richtung Stadt. Ich denke mal, das ist einer der... Die Hütte da unten. Weil da haben wir auch alchimitisch und viele Tränke gesehen. Ich denke, der wird da sein. Tong, 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 Tong. Terry. Zosmisa. Da waren diese Ultraschildkrötenviecher, die mich vorhin kurz weggeputzt haben. Oh, diese Türen. Boudouin. Du bist... Du bist... Niemand hat dich nicht gelernt, dass du dich nicht beschädigst. Jeden zły... Okay. Woher... Du bist... 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 Mit einem guten Speck. Als ich jetzt für dich arbeiten kann, sag ich, ob du mal ein paar Zolle haben. Ich werde auch nicht helfen. Ich werde noch nie helfen. Ich werde noch eine weitere Zolle. Ich werde dir das zu viel. Ich werde dir das machen. Du hast du das oder nicht? Ich werde dir das nicht problematisch. Ich werde dir das zu sagen. Wenn du nicht wissen, was ich da księgte Kriopijen über die Kriopijen gibt, dann weiß ich, ob ein Kriopijen oder was nicht so gut ist. Das ist nicht so gut. Hat er mir nicht gerade was von einem Buch gesagt? Bookstats. Wolfhofen. Wolfhofen. Wo ist denn? Ehh. Extremely disgusting creed in the corner of Kingdom of Natana. There are even desert bloodflies enduring the heat and... It is bloodflight at least in the willy of mines. On the islet of Corine is a bright color is not as venomous. More dangerous species lurk on the islet of Arcoras. Besides the common bloodflies, these are often green swam bloodlays. They circle over the windland. The venom of both the creatures can inflict suffering days. No less dangerous the river bloodflies found in the woods near bodies of water. Someone may even come close to the death. Okay. Krzes. Krwiopijca Rzeczny. Tak. Krwiopijca Rzeczny potrafi być wyjątkowo niebezpieczny. Te szkodniki są naprawdę rzadkie. Skoro już wiemy co urządziło twojego brata, to można się brać za przygotowanie... Krwiopijca Rzeczny potrafi się też potrafi się oszoka w sieku z resztythink trappedkie. Uwhat.... Wtf? So, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend, glaube ich. Bin jetzt wieder verreckt. Jetzt müssen wir, glaube ich, wieder saufen gehen und so weiter. Ja, bisschen Sorge, dass ich mich für die falsche Blutfliege entscheide, aber das müsste der River die River Blutfliege sein. Nicht die normale, nicht die sonst irgendwas. Es müsste River Blutfliege sein. Ups. Das einzige, was, ja, da sind die ganze Zeit nur River Blutfliegen gewesen, von dem her. Ja. Ich sage dann, wir verabschieden uns für heute und sehen uns dann morgen, weiß ich nicht, morgen, glaube ich, nicht übermorgen vielleicht. Bald haben wir dann eh Urlaub und dann sehen wir uns öfters. Ich sage jetzt, ciao und wir sehen uns das nächste Mal. Ich denke schon, oder? Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020